Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zu einem neuen angespielt von VHackRevolutions Hier stand gerade irgendwas schon mit Login ich dachte das wäre Bevor ich das spiel spielen kann wir waren aber tatsächlich schon im spiel drin Ich habe mich jetzt also mit meinem Nutzernamen Darkie angemeldet Ich muss das mal so wunderbar So jetzt sehen wir hier oben links unser Guthaben unsere boosters anderen error. Okay Vtc das ist alles wunderbar klein wirklich da kann ich alles sehen unbedingt Okay Das ist ein hacking spiel wir machen ein netzwerk Berühre ein ziel um den scan zu starten Scan bericht für user level 1 firewall antivirus exploit exploit weh mal Okay, was bedeutet das so ich ihn exploitet Terminal Der hier TR-Transfer angriffstypen Lockzeichen bruteforce TR-Transfer Hundertfünfzehn millionen dollar haben wir gerade bekommen Alles klar nehme ich mit TR-Transfer by unknown you have lost 115 million das hat er gerade als meldung bekommen dann kann ich ein bisschen was aufrüsten Antivirus Schützt der gerät vor viren Am laufend 20 sekunden dauert das fireball Verwaltend andere spieler dann auf dein gerät zu treffen bank protection ist eine defensive software die nachher verhindert sich das Eindringen in deine bank account ich kann das gar nicht lesen das ist alles viel zu klein Software development kit erzeugt export so macht diese auch stärker export sein benötigt mal andere geräte einzudringen Zirka 24 sekunden malware kit brute force spam ip spoofing scan Also gibt es eine ganze menge das kann ich jetzt auch machen Schöner wäre es natürlich wenn ich mehr gleichzeitig machen könnte aber ich habe jetzt 117 millionen Na da kann man schon ein bisschen was machen Ich kann überhaupt nichts lesen Wirklich Das ist alles viel zu klein und ich bin ja auch nicht mehr der jüngste war scannen Schreien wir mehr infos ok was haben wir hier ein notepad Wird nur lokal gespeichert Lok Missionen ok wir haben mission exploit zehn ziele im netzwerk Na dann machen wir das doch mal Nix exploit mit dem nächsten Ein neuer antrag um terminal wurde erstellt wir machen hier erstmal ip spoofing verschleitern ip ok Lok war Terminal Hier Teat transfer 41,5 millionen warum haben die ja so viel geld Ist ja wahnsinn Blut fast zehn bankkonten ok angewandt mit zum nächsten Also wieder ein abgelt fertig Antivirus schützt den geld vor viren Machen wir mal Warte mal hier unten rank Packages Open one package Open one package Open one package You don't have any packages ok Shop echt geld kram das brauche ich nicht so nächste abgelt ist fertig gleich hier haben wir unser level up 300 erfahrung fehlen nur noch oder 100 Einfach ein bisschen alles aufrüsten ne Auf geht's zum netzwerk ab zum nächsten hier gleich einer in meiner nähe Na auch wieder alle eins Banking protection zwei Terminal zack Brute Force Brute Force now Brute Force gestartet laufen 2.16 Lock zeigen just exploited your device just try to clear your lock attempt failed ok was bedeutet voraus kein plan level 2 140 vtc max running tasks 1 können hier zwei gleichzeitig aufrüsten zwei parallel das ist natürlich sehr sehr schnieke dann muss man es auf jeden fall das nächste und 286 millionen haben wir gerade übrigens sie haben gerade ordentlich was mitgenommen also an geld mangelt uns derzeit nicht 1 1 1 ok bisher auch nichts aufgerüstet auf geht's zum nächsten brutfors erstmal ich habe kein plan was brutos macht und dann muss es machen 122 millionen muss ich kann ich mich auch wieder ausloggen quasi ip inzwischen ablage kopiert gedrückt hat um eine verbindung zu löschen naja ok quasi die verbindungen auflösen wieder sonst könnten wir uns vielleicht entdecken messenger wie hex system banking du kannst eine bankkarte kopieren indem sie gedrückt hat so kannst bankdaten im crew chat und messenger einfügen ob es 408 millionen bank protection zwei aufrüsten auf geht's weiter im netzwerk nächsten brutfors nächsten angreifen erstmal exploiten und dann holen wir uns natürlich erstmal sein geld 33 millionen das nehme ich doch auch mit das doch okay th 22 von 5 versuche log dateien zu löschen von also damit der andere nicht mit löschen log datei fehlgeschlagen das hat die klinik log attempt fällt dass der andere somit kriegt der andere nicht mit von welcher ip das dann quasi kam ja wenn er stark genug war und die gesehen hat log datei gelöscht log datei gelöscht ne jetzt hier seht ihr da log datei ist leer jetzt kann ich quasi mich wieder hiervon entfernen und den nächsten hacken bank ist auch schon fertig war spam die spam software gibt je nach level ein bestimmtes einkommen pro stunde ok schauen wir mal bin ich mal gespannt so auf geht's zum nächsten brutfors now und tr trends oder was ist log exploit device 18,4 millionen wenn wir wieder die log datei lehren versuchen was zumindest um keine spuren zu hinterlassen sehr schön und wieder disconnecten was die nächste mission gewesen 6 von 10 exploits wir können erstmal exploiten das ist ja kein thema lalalala auch zum nächsten scannen wir hier erstmal jemanden jetzt haben wir denken wir da ist schon ein bisschen weiter exploten wir trotzdem bei dem können wir gleich mal schauen ob wir uns ein bisschen kohle holen können und damit sollte ich eigentlich alle haben dann kann ich gar nicht machen zu schnell Ding. Level 3. Max Rating Tasks. Plus 1. Wieder mal. Uiuiui. Da kann man ordentlich was machen. Einfach mal alles aufrüsten. Geld haben wir genug. 580 Millionen. Brute Force. Brute Force. Unown. Just Detected. Okay. Wir haben ihnen schon Geld geklaut. Schon 309 Millionen. Das ist vielleicht nicht mein Log. Also das ist nicht mein Eingriff gewesen. Ist vielleicht von jemand anderem. Doppelt drücken fürs Leeren. Sind das gleichzeitige Tasks, hier gemacht werden? Sehe ich leider nicht nahe. Ist aber noch gleichzeitig raus. Okay. Warum kann ich mich mehr angreifen? Habe ich keine Dings mehr? Keine Viren vielleicht? Oder mehr oder sowas? Ich habe nur Blutforcen. Aber warum? Das ist ja doof. Ich brauche mehr. Ich muss alles gleichzeitig aufrüsten können. Das wäre nice. Messenger. Okay. Das waren die Nachrichten gewesen. Terminal. Aktive Verbindung. Blablabli. Blablub. WinWheel. Na für Echtgeldkrams. Okay. Na ja. Kannst ja sparen. Netzwerk. Scannen. Kann ja schon hier selber eine IP eintragen. Und dann hier. Bankrotection Firewall. Können wir mal komplett aufrüsten weiter. Aber hier steht nicht wie viel Spam bringt. Gibt ihr je nach Level ein bestimmtes Einkommen pro Stunde. Aber da stehe ich hier nirgendwo. Das ist ja sehr schade. Irgendwie habe ich das Gefühl fehlt irgendwie was, oder? Ich habe es geahnt, ey. Ah, ich hasse Auflösungsänderungen. Nur weil ich so einen Daumen auf den Button geklickt habe. Das stört mich ja jetzt echt. Okay. Ähm. Ich kann irgendwie nicht weitermachen. Warum nicht? Ah, jetzt kann ich. 18,7 Millionen. Zack. Wahrscheinlich Brutfors noch läuft, oder wie? Hm. Max Runnig, Tars, jeder Plus 1. Nice. Hören wir nicht um andere. Die Zeit, 163 Millionen. Da kannst du so viel mitmachen, oder? Wahnsinn. Ähm. Puh, okay. Gehekte konnten. Ich werde ihm gar nichts überweisen. Jonathan B.A.D. Den will ich hacken. Terminal. Jonathan B.A.D. Da möchte ich bitte einen TR Transfer machen. Können wir vielleicht nochmal abscannen. So, Scan. Was der Banken, wo ich schon zwei hatte? Nee. Exploit. Ja, steht schon. Aber ich kenne die trotzdem nicht hacken. Strange. Angriffstypen zeigt mir da auch nichts. Noch mal alles andere mal weg hier. Hier will ich behalten. Aber ich kann ihn nochmal neu angreifen. Das macht ja nichts. Ich habe die IP ja noch. Und da mir das die 200 Millionen nehmen. Ich verstehe nicht, warum ich aber nicht mehr angreifen kann. Woran das liegt. Das kann ich immer nice. Viel Dinger gleichzeitig machen. Das war sehr nice. Okay. Ja, das ist so. Ich glaube, hier fehlt so ein bisschen an Funktionen, habe ich das Gefühl. Also, ich kann hier weder Viren irgendwie bestimmt machen. Ich klicke mir noch ein bisschen hier rum. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann wieder Viren herstellen. Ich kann hier manchmal nicht angreifen. Ähm. Naja. Notepad steht nichts drin. Lock ist halt leer. Missionen. Messenger. Und Banking. Oh, sein Ding ist weg. Rank. Level 3. Level 4. Wo bin ich eigentlich? Ich bin Level 4 auch. XP. Ich habe mich ja da genannt, ne? Da ist er. Die 20. Ah, hier steht es ja auch schon. Okay. Aber ich habe noch nicht so richtig verstanden, wie es hier weitergeht. Was so der Sinn ist. Aber mit dem Geld kann man eine ganze Menge machen. Aber meine lieben Freunde. Ich würde sagen, das war es gewesen. Mal angespielt zu V-Hack Revolutions. Wenn einer von euch noch ein paar Ideen hat, wenn er selber spielt oder ähnliches, dann gerne her damit. Ich kann hier leider nichts mehr finden. Mehr Funktionen gibt es hier scheinbar nicht. Aber irgendwie fehlt hier noch was. Also irgendwas fehlt hier noch, habe ich das Gefühl. Aber ich kann halt teilweise nicht angreifen. Wahrscheinlich habe ich keine Hex mehr übrig oder so. Ich weiß jetzt nicht. Ich kann halt nur Brutforcen. Na gut. Okay Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns mal wieder bei Angespielt. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.